Hier eine Besprechung einer Gesamtsanierung. Wir haben eine 30 Jahre alte Patientin, die mit folgenden Ausgangsbefund zu uns gekommen ist. Wir sehen hier nicht optimal wurzelbehandelte Oberkieferzähne. Wir sehen ein Lückengebiss. Wir sehen Karies an einigen Zähnen. Wir haben hier ein Osteomchen, ein kleines und die Patientin wollte eine Gesamtsanierung. Sie wurde zu Beginn einmal aufgeklärt mit einem Video und ich kann das jedem nur empfehlen, dass ihr das in eurer Ordination etabliert, wieso sie die Füllungen klassisch verteilt hat, also im Seitzahmbereich, hier unten keine Füllungen. Es wurde ihr in dem Video erklärt, wie man seine Putztechnik im Seitzahmbereich optimieren kann. Ihr findet dieses Video, es nennt sich Schlechte Zähne sind ein Irrglaube auf YouTube. Das ist die beste Werbung, wenn ihr nämlich Menschen aus solch einer Situation stabil in solch eine Situation überführt. Diese Menschen sind die beste Visitenkarte und werden euch regelmäßig empfehlen. Das untere Röntgenbild ist jetzt, also die Sanierung begann vor 5 Jahren. Was ist alles geschehen? Zuerst einmal wurden die nicht erhaltungswürdigen Zähne entfernt, also die beiden oberen Molaren wurden entfernt. Danach wurde Karies entfernt und wir gaben ihr Zementfüllungen, denn die Patientin wollte eine Zahnspangentherapie. Die Achter wollte sie nicht sich entfernen lassen, wobei das jetzt in der nächsten Zeit ansteht. Es erfolgte dann die Versorgung vor der Zahnspange des Zahnes hier mit einem Stift und einer provisorischen Krone. Jetzt ist es eine rein keramische Krone. Und ihr seht hier, er folgte im Oberkiefer der Lückenschluss, das heißt der Dreier wurde messialisiert. Wie wurde oder worauf sollte man da achten? Im Oberkiefer ist immer wichtig sich anzusehen, wo stehen die Wurzeln der Zähne? Ragen die Wurzeln in die Kieferhöhle hinein? Dann ist es häufig schwer, die Zähne gegen die kompakter zu bewegen und es kommt häufiger zu Zahnkippungen. Beim Dreier hier muss man darauf achten, wie ist der Knochen vor dem Zahn, also dort wohin ich den Zahn hinbewegen will. Ist der Knochen dort sehr schmal, also wenig spongioser, sehr viel kompakter, dann ist eine körperhafte Bewegung ebenfalls nicht möglich. Bei dieser Patientin war das kein Problem. Es erfolgt also Zahnspangentherapie, Setzung eines Retäners und dann Lückenschluss mit Implantaten im Oberkiefer, klassisch Plattform-Switch und Konussystem. Ihr findet auch dazu ein Video auf YouTube von uns. Die Achter wurden also belassen. Die Zementfüllungen, da sie dicht waren, wurden ebenfalls belassen. Der Wechsel steht jetzt dann an. Ihr seht es also, die Zähne werden, oder die Zementfüllungen sind schon ein bisschen ausgewaschen. Diese 1, 2, 3, 4 Zähne werden noch gegen Keramiken gewechselt und die Achter werden entfernt. Hier im Unterkiefer, das Osteom stabil, keine Veränderung. Hier haben wir eine Brücke, natürlich hier keinen Lückenschluss. Man kann 2 Molaren, also es macht keinen Sinn, 2 Molaren zu mesialisieren. Man würde den Biss zu stark absenken. Gleichzeitig war hier der Knochen schon sehr stark resorbiert. Das heißt, es war kaum Spongliosa vorhanden. Das ist jetzt also eine Situation, 5 Jahre stabil. Die Patientin pflegt regelmäßig mit Munddusche stabile paradontale Verhältnisse. Das ist also ein Gesamtsanierungskonzept, wo verschiedene Bereiche der Zahnmedizin miteinander gearbeitet haben. Endodontie, Paradontologie, Kieferorthopädie und Chirurgie. Bei Fragen jederzeit alles Liebe.